2. Wanderung und die Nacht der Liebe Früh am Morgen rief Alice Arthur an und sagte, Liebling, ich lade dich zu einer Wanderung mit Lyria ein. Kommst du? Ja, natürlich, meine Liebe, rief Arthur freudig aus und verspürte erneut eine starke Welle der tiefsten, aufregendsten und aufrichtigsten Gefühle gegenüber diesem zerbrechlichen Mädchen mit silbernen Haaren. Mit dir bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Nachdem er mit seiner Geliebten gesprochen hatte, telefonierte Arthur mit Ruslan und lud ihn und seine Freundin Angela ein, an der Wanderung teilzunehmen. Als sie sich am vereinbarten Ort am Anfang eines Bergpfades versammelt hatten, von wo aus man nur zu Fuß gehen oder auf dem Pferd reiten konnte, warteten sie gemeinsam mit mehreren anderen Paaren auf Lyria. Wenige Minuten später erschien sie strahlend und gut duftend in einer bequemen Wandertunika und einer lockeren, korallfarbenen Hose. Ihre goldenen, lockigen Haare waren zu einer hohen, gepflegten Frisur zusammengebunden. Alle Anwesenden begrüßen, fing Lyria an zu erklären. Meine Lieben, wir werden gemeinsam mit euch hier und jetzt Tantra praktizieren, indem wir versuchen, bei jeder Handlung bewusst zu sein. Nun steht uns eine lange Wanderung entlang der Bergstraße bevor. Und eure Aufgabe ist es, euch nicht von Gedanken und leeren Gesprächen ablenken zu lassen, sondern die Schönheit der umliegenden Orte zu betrachten. Nehmt diese nicht einfache Praktik verantwortungsbewusst und ernst an. Nichts könnte einfacher sein, sagte rasch Arthur und wandte sich an seine Freunde. Alice schüttelte zweifelnd den Kopf, als sie die Überheblichkeit ihres Freundes merkte, sagte aber nichts. Und so machten sie sich auf den Weg. Arthur betrachtete die Natur mit Begeisterung und bewunderte die schneeweißen Berggipfel in der Ferne, den unten in der Schlucht fließenden Gebirgsfluss, die über dem Himmel schwebenden Wolken und die blühenden Rhododendronbüsche auf beiden Seiten des Weges. Aber sehr bald vergaß er es und wollte gerade anfangen, mit Alice zu plaudern. Doch sie gab ihm ein Zeichen und dann fiel ihm ein, dass er nur beobachten wollte. Er konzentrierte sich erneut auf die malerischen Aussichten der Natur, doch nur wenige Minuten später verlor er sich wieder in seinen Gedanken. Und wenn Lyria ihn nicht daran erinnert hätte, hätte er sich vielleicht erst am Ende der Wanderung daran erinnert, dass er nur die Schönheit der Umgebung beobachten wollte. Und die Schönheit rundherum war wirklich bezaubernd. Sie stiegen einen Bergpfad hinauf durch Buchsbaumdickichte, die mit einem zotteligen Moosbad bewachsen waren. Es war wirklich ein fabelhafter Wald. Arthur war erstaunt darüber, wie schwierig es ihm fiel, sich einfach umzusehen, ohne in Gedanken zu versinken. Er vergaß ständig, dass er sich dazu entschlossen hatte und konnte sich ohne Lyrias Erinnerung nicht daran erinnern. Deshalb erinnere ich mich an so wenig in meinem Leben. Es scheint so, dass ich die ganze Zeit schlafe, dämmerte ihm eine Vermutung. Was kann ich überhaupt erreichen, wenn ich eine so einfache Aufgabe nicht einmal bewältigen kann? An Russlands Gesicht sah er, dass er die gleichen Probleme hatte. Am Abend erreichten sie einen atemberaubenden, schönen Bergsee, der auf drei Seiten von schneebedeckten Berggipfeln umgeben war. In einem kristallklaren, eisigen Wasser spiegelten sich die hohen Tannen wieder, die entlang dem Ufer wuchsen. Von einem Abhang in der Ferne stürzte ein brodelnder Wasserfall in den See und direkt neben den Reisenden rauschte geräuschvoll ein schneller Gebirgsfluss vom See über die Steine. Lyria gab allen ein paar Minuten zur Beobachtung der prachtvollen Natur und wandte sich dann an die Gruppe. Und jetzt werden wir genauso bewusst unser Lager errichten. Sprecht einander an, nur wenn es wirklich nötig ist. Eure Aufgabe ist es, die Zelte aufzubauen, Brennholz zu sammeln und Wasser aus der Quelle zu bringen. Während ihr das tut, beobachtet eure Körperbewegungen, Gedanken und Emotionen. Verliert nicht eure Achtsamkeit, Um euch zu helfen, werde ich ab und zu Stopp sagen. Da gilt es für euch zu erstarren und für eine Weile euch nicht zu bewegen. Dies wird euch an die Aufgabe erinnern. Alle begannen eifrig, sich einzurichten und versuchten, nicht in ihren Gedanken einzuschlafen. Beim Hören des Befehls Stopp erstarrte die Gruppe, ihre Blicke hältten sich sofort auf und sie konzentrierten sich. Auch Arthur erstarrte, behielt dabei den gleichen Gesichtsausdruck, die gleiche Blickrichtung, die gleiche Haltung und spürte seinen Atem. Urplötzlich stellte er überrascht fest, dass er sein ganzes Leben lang gelebt hatte, ohne sich an sich selbst zu erinnern, ohne zu sehen oder zu verstehen, dass er alles völlig mechanisch tat, wie ein Roboter, ohne sich seiner Gedanken und Bewegungen bewusst zu sein. Abends, als es dunkel wurde, saßen alle um das gemütlich knisternde Feuer. Lyria erklärte, wie man sich richtig ernährt. Nach dem Beten begannen sie, schweigend zu essen, genossen den Geschmack des Essens und kauten es gründlich. Arthur erkannte, dass er, obwohl er sich für einen kultivierten Menschen hielt, wie ein Tier aß. Er stopfte sich wahllos Hot Dogs und Fast Food in sich hinein, was seine Gesundheit belastete und verstand überhaupt nicht, was er tat und wie er aß. Nach dem Abendessen sangen die jungen Männer und Frauen Lieder und erzählten interessante Geschichten. Ein Bursche, der ein Schamane namens Yarilo war, sang ein ungewöhnliches, fröhliches Lied, das Arthur sehr gefiel. Und so wurdest du auf der Erde geboren, die ganze Welt hat dich willkommen geheißen, und selbst die frühe Morgensonne löste die Wolken auf. Du hast dir diese Welt angesehen, aber du hast überhaupt nichts davon verstanden. Warum hat sich die große Menschenmenge um dich versammelt? Sie sahen, lächelten und lösten sich in Ekstase auf. Sie tranken, aßen, stocherten herum, sangen, stritten, fluchten. Wie soll man seine Kreation benennen, damit sie an einer Universität studieren kann? Um damit wahrscheinlich schon möglichst ein glückliches Schicksal bekommt. Sich langsam weiterentwickelt, Mama und Papa gehorcht, keinen Unsinn macht, nicht flucht und widerspricht, gut lernt und den Älteren den Sitzplatz überlässt, in der Fabrik sich überarbeitet und in die Fußstapfen seiner Eltern tritt? Und jetzt lebe ich auf der Erde und bin bereits erwachsen. Und um die Wahrheit zu sagen, ich sehe nur Krüppel. Überall herrscht ein trister, trauriger Blick vor dem Hintergrund grauer Städte. Und jetzt verstehe ich, dass sie uns zu Sklaven gemacht haben. Ich habe es satt, in der Fabrik zu arbeiten und dort zu ersticken. Ich habe aufgehört zu trinken, rauchen und rumzulegen. Ich habe angefangen, Yoga zu machen und begann mich, spirituell zu entwickeln. Endlich wurde alles in Ordnung. Es begann, Geld zu fließen. Alle Mädchen verliebten sich in mich. Aber dies ließ mich nicht geschmeichelt sein. Und die Hektik der Welt nicht zu kosten. Ich habe alles meinen Freunden, Brüdern, Schwestern und Feinden überlassen. Ich stand schnell auf und ging zur Schule. Ich entwickle mich noch weiter. Ich lerne den Schamanismus und kommuniziere mit den höheren Kräften. Ich widme mich dem Tantra-Yoga, interessiere mich für Astrologie, um schnell zunichtet zu machen den zerstörerischen Einfluss bestrafender Planeten. Und vor kurzem saßen wir zusammen, hatten Spaß und blickten meditierend in das lodernde Feuer. Aber das Feuer löste sich plötzlich auf und von dort kam er zu uns, der große Karm des Nordens. Kommt alle in die Schule, um dort eure Seele zu reinigen, um Kraft zu erhalten und übernatürliche Fähigkeiten zu entfalten, um kein dummes Schaf in der grauen sozialen Herde zu sein und auf die zombifizierten Programme zu verzichten. Als der Schamane sein Lied beendete, applaudierten alle in aufrichtiger Begeisterung. Trotz der humorvollen, fröhlichen Darstellung enthielten die Worte eine einfache, aber sehr tiefe Bedeutung, die Arthur erst kürzlich offenbart wurde. Und dann zeigte plötzlich jemand zum Himmel und als sie nach oben blickten, erstarrten alle vor Schreck. Ein echtes UFO bewegte sich direkt über ihren Köpfen durch das dunkle Himmelsgewölbe. Die fliegende Untertasse blieb kurz stehen, schwebte über ihnen und ein paar Sekunden später drehte sie sich um und flog scharf nach links, wobei sie sich von ihrer vorherigen Flugbahn entfernte. Während alle sich von dem Gesehenen erholten, erzählte Alice eine erstaunliche Geschichte darüber, wie sie als Kind von Außerirdischen entführt wurde und danach begann, die Auren von Menschen und Gegenständen zu sehen. Rund um das Feuer entstand eine mystische, geheimnisvolle Atmosphäre. Der Himmel war mit Sternengelanden übersät, Glühwürmchen flogen umher, Zikaden zirrten und ein warmer, frischer Wind wehte. Der große, runde Mond blickte majestätisch auf die Menschen und erleuchtete den Raum mit einem geheimnisvollen, kalten Licht. Nachdem Arthur und Alice diese Pracht bewundert hatten, gingen sie in ihr Zelt, um zu schlafen. Alice merkte den fürsorglichen Blick von Arthur und sprach ihn lächelnd an. Liebling, heute werden wir Maituna üben. Nimm dir bitte Zeit, denn Sex sollte auch eine spirituelle Praktik sein. Arthur sah seine Geliebte mit Zärtlichkeit an und spürte, wie Leidenschaft in seinem Inneren auflammte und wie ein kraftvoller Strom sexueller Energie von ihr auf ihn zukam. Aber diese Leidenschaft war nicht die, die er zuvor für andere Frauen erlebt hatte. Sie wurde von einem tiefen Gefühl unterstützt. Er spürte, wie sich seine Seele zu Alice hingezogen fühlte. Er spürte, dass mit dieser jungen Frau alles anders sein würde. Jede Minute neben ihr war voller Bedeutung. Arthur wusste, dass er sich für den Rest seines Lebens an diese Nacht erinnern würde. Alice wachte am Morgen auf, aber fand Arthur nicht neben sich auf und verließ dann das Zelt. Die Sonne schien noch nicht über dem Horizont und im Tiefland, umgeben von Berghängen, lag dichter, milchig-weißer Nebel. Sie fand Arthur am Ufer sitzend, völlig betrübt. Er vergrub sein Gesicht in seinen Knien und legte traurig seinen Kopf in seine Hände. Sie näherte sich ihm, setzte sich neben ihn ins Gras und berührte ihn vorsichtig an der Schulter. »Liebling, geht es dir schlecht?«, fragte sie warm. Der junge Mann hob seinen Kopf und schaute seine Geliebte mit Schmerz an, den es nicht möglich war, auszudrücken. Ihre Blicke trafen sich und Alice spürte fast körperlich sein Bedauern, seine Wut auf sich selbst und seine Schuldgefühle. »Ich habe alles vermasselt. Bitte, verzeih mir, meine Liebe, wenn du kannst,« sprach Arthur leise, senkte den Kopf und blickte nach unten. »Ich durfte nicht. Ich konnte mich nicht mehr kontrollieren und verlor den Kopf. Ich erlaubte solch einen dummen Verlust sexueller Energie.«, Alice umarmte ihren Geliebten. »Zerbrich nicht deinen Kopf darüber,« beruhigte sie ihn. »Ja, du hast einen Orgasmus erlebt und als Tantriker solltest du dies nicht zulassen. Aber du bist gerade erst dabei, das Tantra zu erlernen. Um deine sexuelle Energie kontrollieren zu können, brauchst du viel Übung.« »Dann bist du also nicht verärgert auf mich für das, was geschehen ist?«, fragte Arthur und hob wieder seinen Kopf. Sie lächelte zart. »Natürlich nicht, mein Lieber,« erwiderte sie und streichelte seine Haare. »Es ist ziemlich schwer, beim ersten Versuch, alles richtig zu machen. Aber wir werden das Ritual Maituna wiederholen, wenn du dafür bereit bist und in der Lage sein wirst, deine Energie zu beherrschen.«, Arthur lächelte als Antwort. Und Bewunderung, Zärtlichkeit und wahre Liebe erglühten wieder mit erneuter Kraft in ihm. »Was hast du gespürt, nachdem du einen Orgasmus hattest?«, fragte Alice plötzlich. Arthur musste nachdenken. Er sah dabei den milchig-weißen Nebel an, der die Seeoberfläche bedeckte. Leere und Schwäche, antwortete er nun. Es war ein sehr starker Energiestrom. Für einen Moment kam es mir so vor, als ob meine Gefühle für dich abgestumpft wären und Gleichgültigkeit überkam mich. Es war unangenehm. Ich wollte mich einfach nur abwenden und schlafen gehen. Ich verstehe deine Gefühle, mein Lieber. Deshalb lernen wir, unsere sexuelle Energie zu beherrschen, ihre Ströme zu kontrollieren und uns zurückzuhalten. Das Wichtigste ist, dass du aus dieser Erfahrung die notwendigen Schlussfolgerungen ziehst. Arthur schaute das Mädel bewundernd an. Weißt du, mir wurde plötzlich klar, dass alle meine Gefühle, Emotionen und Erfahrungen auf nicht realisierter sexueller Energie basieren. Doch ohne diese Energie verstumpfen sie alle und alles, was bleibt, ist Gleichgültigkeit und Schmerzen im Unterbauch aufgrund von Energiemangel. Das ist eine sehr wertvolle Schlussfolgerung, Alice nickte. Dann war die ganze gestrige Erfahrung gar nicht umsonst. Alice deutete auf die neblige Oberfläche des Sees. Lust zu baden, schlug sie vor. Das kalte Wasser dieses Sees am Ort der Kraft wird dir helfen, dich aufzumuntern und dich von negativen Erfahrungen zu befreien. Arthur stand auf, zog seine Kleider aus und tauchte langsam in das brennende, kalte Wasser ein. Er schwamm im Nebel in einem ungewöhnlichen Zustand bleibend. Es schien ihm, als befände er sich gerade in einem außerirdischen, mystischen Raum. Als er aus dem Wasser kam, fühlte er sich voller Energie und Kraft. Eine Gänsehaut lief in Wellen durch seinen Körper. Der schmerzhafte Nachgeschmack, der nach der erfolglosen Maituna-Praktik zurückgeblieben ist, war nun völlig verschwunden. Als er ans Ufer kam, wartete Alice immer noch auf ihn am Ufer. Psst, schau mal, flüsterte sie ihm zu und zeigte mit der Handfläche auf die Berge. Arthur schaute zurück in die gezeigte Richtung und war verblüfft. Im Nebel konnte man deutlich die Gesichtszüge eines großen Gesichts sehen. Was ist das? brach es aus ihm hervor. Das ist der Geist der Region, Ayami, erklärte Alice flüstert. Sie falteten ehrfurchtsvoll ihre Hände wie im Gebet und begrüßten sie. Dann begann sich das Bild langsam in der Luft wieder aufzulösen. Arthur fühlte sich so gut wie nie zuvor. Er begann zu begreifen, wie schwierig das Leben in der Stadt war und dass die Natur ihn Gott näher brachte. Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.amazon1.org Ritual. 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 Ritual.